Und hier konnte ich meine eigene Sauklaue natürlich nicht richtig lesen. Der Name ist Hannes-Hamar. Geil, wie ihr jetzt auch im Bild sehen werdet. Ansonsten Hannes-Hamar, also mit A. Geil, auch mit A. Und die Frage lautet, welches Team denkt ihr überrascht am meisten in der kommenden Saison? Tops und Flops. Und warum? Und da ist einer dieser Fehler, die ich halt meine, wenn man die ganze Zeit mit sich selber quasi redet. Entschuldige Hannes, dass wir deinen Namen oder dass ich deinen Namen hier gerade falsch ausgesprochen habe. Du bist ein Follower der ersten Stunde und deswegen tut es mir besonders leid. Ich habe nur eine unfassbare Sauklaue. Ich zeige euch das vielleicht irgendwann mal auf einem Bild oder so. Das kann kein Schwein lesen. Auch Mucki und Pitch haben immer wieder Probleme, meine Notizen zu lesen. Oder wenn ich denen irgendwas halt schriftlich hinlege oder so weiter. Die versuchen es erst gar nicht mehr. Deswegen Hannes-Hamar. Geil. Top und Flop unserer Meinung nach für nächstes Jahr. Die Frage vor dem Draft, vor der Free Agency ist natürlich ein bisschen böse. Da kann man irgendwie nur in den Kakao greifen. Aber ich werde es natürlich trotzdem versuchen. Möchte aber darum bitten, dass man mich nicht am Ende der Saison darauf festnagelt, was ich jetzt von mir gebe. Wir starten natürlich mit dem Guten. Was ist die positive Überraschung der nächsten Saison? Und ich hatte so zwei, drei Teams im Kopf. Aber da ich eh schon auf dieses eine Team wahrscheinlich festgenagelt werde, will ich die anderen gar nicht preistun oder kundgeben. Die mögliche positive Überraschung für das Jahr 2017 sind meiner Meinung nach die Tennessee Titans. Haben auch dieses Jahr schon ein gutes Jahr gespielt. Neun Siege, sieben Niederlagen. Aber positive Überraschung einfach, weil sogar der Division-Sieg drin ist. Ich meine, du hast dort die Houston Texans. Die haben keinen QB. Die haben diesen Vampir da als QB. Und die werden keinen Tony Romo bekommen. Romo wird nicht nach Houston gehen. Da bin ich mir relativ sicher. Außerdem hast du die Colts. Die haben Andrew Luck, aber sonst haben sie nichts. T.Y. Hilton, okay, der ist noch eine gute Waffe. Aber mit dieser Offensive Line wirst du Andrew Luck mehr am Boden sehen, als dass du Andrew Luck so performen sehen wirst, wie er eigentlich imstande dazu wäre. Und du hast die Jaguars, die sich irgendwie ewig im Rebuild-Modus befinden, hat man so den Eindruck. Also ist diese Division möglich für die Tennessee Titans. Und ich gehe ganz stark davon aus, die Tennessee Titans werden nächstes Jahr ihre Division gewinnen. Sie haben eine richtig gute Offensive Line. Sie haben jetzt mit Jack Conklin auch noch einen richtig guten Tackle dazu bekommen. Der war sogar bei uns, bei den Backfield Boys Honors, als Rookie of the Year neben Jack Prescott und Zeke Elliott nominiert. Die Offensive Line steht. Du hast mit DeMarco Murray und mit Derrick Henry zwei, zwei richtig gute Running Backs dort im Backfield, die sich gegenseitig austauschen können. Und Henry wird von Jahr zu Jahr stärker. Ich meine, der Junge ist 3,50 Meter groß, ist ein absolutes Monster und der wird im zweiten Jahr nur besser werden. Und dazu hast du DeMarco Murray, der im richtigen System, wie er in Dallas gezeigt hat, oder wie er jetzt auch letztes Jahr bei Tennessee gezeigt hat, ein absoluter Top Running Back sein kann. Und die Tennessee Titans haben so ein bisschen das Modell der Dallas Cowboys kopiert. Die haben sich eine gute Offensive Line gebaut. Die haben sich DeMarco Murray geholt, der absolut in dieses System reinpasst. Also die Tennessee Titans haben die letzten Jahre richtig viel gut gemacht. Und dazu haben sie jetzt auch mit Derrick Henry jemanden, selbst wenn DeMarco Murray ausfällt, müssen die Tennessee Titans sich um das Running Game keine Sorgen machen. Und mit Marcus Mariota, wenn der wieder fit ist, hast du auch einen der besten, jungen, guten Quarterbacks in ihren Reihen. Und der wird zum nächsten Jahr wieder fit. Der hat sich ja am Ende der letzten Saison unglücklich verletzt. Sonst wären die Tennessee Titans vielleicht dieses Jahr bereits schon in die Playoffs eingezogen. Die Offensive steht und neben Matthews, Richard Matthews, wirst du vielleicht noch einen guten Wide Receiver brauchen. Aber auch Richard Matthews wird von Jahr zu Jahr immer besser werden. Aber wie gesagt, sie haben ja auch im Draft richtig viele Möglichkeiten und können sich da den zweiten guten Wide Receiver holen. Sie haben zwei Picks in der ersten Runde. Sie haben den fünften Pick und den achtzehnten Pick. Und alleine, wenn man sich die aktuellen Mock-Drafts mal anguckt, die größten Baustellen bei denen sind Wide Receiver und vielleicht noch Safety, Linebacker. Und beides kannst du richtig gut bedienen. Du kannst dir mit dem fünften Pick beispielsweise Jabril Peppers, kannst du dir holen, oder auch Ruben Foster als Linebacker. Beide an fünf wahrscheinlich, also zumindest einer von beiden wird verfügbar sein und wird die Defense der Tennessee Titans direkt besser machen. Und mit dem achtzehnten Pick holst du dir den richtig guten Wide Receiver. Möglicherweise John Ross oder Corey Davis. Beide könnten an 18 noch verfügbar sein und würden auch die Passing-Attack der Tennessee Titans um ein Vielfaches verstärken. Ich gehe nicht nur davon aus, dass die Tennessee Titans nächstes Jahr die Division gewinnen. Mit einem richtig guten Draft könnten sie sogar in den Playoffs für Furore sorgen. Ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen wie Elton Jeffrey und sagen, die Tennessee Titans ziehen in den Superbowl ein. Aber in der AFC gibt es neben den Patriots nicht sonderlich viel. Du hast noch die Chiefs, die Broncos suchen ihren nächsten Quarterback. Wenn sie den finden, könnte da was gehen. Bei den Raiders bin ich mir unfassbar unsicher, was nächstes Jahr angeht. Die haben eine gute Saison gespielt, aber irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir die Raiders. Weiß ich nicht. 2017 möglicherweise nicht mehr so stark. Ich kann es nicht genau erklären. Das ist einfach so ein Bauchgefühl. Und die Tennessee Titans könnten in der AFC für Furore sorgen. Nicht nur in ihrer Division, sondern in der gesamten AFC. Also die Überraschung meiner Meinung nach fürs nächste Jahr, die Tennessee Titans, die mit einem richtig guten Draft ordentlich nach vorne pushen können. Und der mögliche Flop des Jahres oder die negative Überraschung, möchte ich es eher nennen, Flop will ich gar nicht sagen, sind meine Dallas Cowboys. Und ich möchte euch erklären, warum es meine Dallas Cowboys sind. Ich gehe nicht davon aus, dass die Dallas Cowboys nur vier Spiele nächstes Jahr gewinnen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass die Dallas Cowboys nicht ihre Division gewinnen. Die Dallas Cowboys werden nächstes Jahr ihre Division gewinnen. Die werden auch in den Playoffs für Furore sorgen. Die werden möglicherweise sogar in den Super Bowl einziehen. Aber alles schlechter als 13 und 3 wird in der medialen Landschaft der amerikanischen Staaten und auch hier in Deutschland als Flop angesehen werden. Und die Dallas Cowboys werden nächstes Jahr keine 13 Spiele gewinnen. Selbst ich als Die-Hard-Fan muss das anerkennen. Das Schedule nächstes Jahr, unfassbar hart. Die Erwartungshaltung an die Dallas Cowboys ist unfassbar hoch. Und diesen gerecht zu werden, werden die Dallas Cowboys nicht schaffen und werden deswegen als ein Flop gelten in der Regular Season. Man erwartet, seien wir ehrlich, man erwartet ein 16 zu 0 nächstes Jahr nach dieser Leistung. Einfach und weil es die Dallas Cowboys sind. Aber genau das wird nicht eintreten. Man wird auch nicht 13 Spiele gewinnen. Einfach, wenn man sich mal anguckt, gegen wen man nächstes Jahr spielt. Klar, man hat Deck und Sieg, die sind nicht sehr erfahrener. Möglicherweise kriegst du mit Ware, kriegst du einen richtig guten Pass-Rusher wieder dazu. Einen alten Dallas Cowboys Spieler. Aber auch der ist verletzungsanfällig inzwischen. Aber vielleicht kriegst du ihn dazu. Randy Gregory ohne Drogen. Wäre auch eine richtig gute Ergänzung. Und dann bekommst du natürlich auch noch Jalen Smith, möglicherweise den besten Spieler des letztjährigen Drafts, endlich fit in den Kader. Und wenn du diese ganzen Punkte ergänzt, dann kannst du nur sagen, die Dallas Cowboys müssen durch die Decke gehen. Aber das wird nicht passieren. Einfach, weil die Erwartungshaltung zu hoch ist, die kannst du gar nicht erfüllen. Und das Schedule nächstes Jahr. Du spielst gegen die komplette AFC West. Du spielst ein First-Place-Schedule. Und natürlich auch zweimal gegen deine NFC East-Gegner. Die immer harte Bretter sind. Einfach, weil es Rivalry-Games sind und weil die halt hart umkämpft sind. Und weil es halt auch traditionsreiche Vereine sind. Du spielst gegen die Packers, gegen die Chiefs, zweimal gegen die Giants, zweimal gegen die Eagles, zweimal gegen die Redskins, Seahawks, Cardinals. Die werden nächstes Jahr nicht wieder so schlecht sein. Falcons, Broncos, Raiders. Das Schedule nächstes Jahr für die Dallas Cowboys ist unfassbar hart. Dazu hast du viele Leute, die im jetzigen Kader überzeugt haben, die möglicherweise nächstes Jahr gar nicht mehr dabei sind. Die Free Agents werden dieses Jahr. Lance Dunbar. Terrence Williams, der Nummer 2 Right Receiver der Dallas Cowboys. Bryce Butler. Ronald Leary, der auf der Guard-Position viel, viel gerissen hat und möglicherweise sogar besser, die Offensive Line besser gemacht hat, als viele es einsehen wollen. Crawford, McLean, Durant, Card, Church, Claiborne, Wilcox. Alles Leute, die letztes Jahr möglicherweise über ihre Verhältnisse, aber richtig gut gespielt haben. Stehen nächstes Jahr vielleicht gar nicht mehr im Kader der Dallas Cowboys. Denn die wollen natürlich jetzt auch ordentlich bezahlt werden nach dieser erfolgreichen Saison der Dallas Cowboys. Zumindest, wenn man die Regular Season betrachtet. Der Division-Sieg ist drin, aber es wird nicht so überragend, wie viele davon ausgehen. Aber, dafür werden wir viele richtig gute Matches nächstes Jahr mit den Dallas Cowboys sehen. Immer schön zur Nachtzeit. Dieses Jahr schon unfassbar viele Highlight-Spiele gehabt. Nächstes Jahr werden es nochmal ein paar mehr. Trotzdem, die Erwartungshaltung ist viel zu hoch. Das können die Dallas Cowboys nicht erreichen. Und deswegen für mich die mögliche Enttäuschung der Saison 2017. Meine geliebten Dallas Cowboys. K-12� K-121 Vielen Dank.